Ja ihr Lieben, seid gegrüßt im Namen unseres Herrn Jesus. Ein kurzes Video für die Weihnachtsaktion 2021. Wir sind hier geboren in diesem Land Deutschland und können nur dem Herrn dafür danken. Wir haben was wir brauchen und darüber hinaus. Doch viele sind ja in diesen armen Ländern geboren. Sie können nichts dazu. Genauso wenig wie wir dafür ja dazu können, dass wir hier geboren wurden. Es ist einfach ein Geschenk ihr Lieben. Doch wir wollen von dem was wir haben doch unseren Geschwistern Hilfe geben. Und stell dir einfach mal vor in einer Hütte. Ja, es ist Weihnachten. In den Medien wird überall gezeigt, sie schauen nach Europa, nach Amerika, wie alles in Überfluss ist. Überall die Lichter und die Geschenke und in ihren Hütten Armut, Kälte und kaum was zu essen ihr Lieben. Und nun kommen da Geschenke. Geschwister haben an sie gedacht, ja vom Ausland. Und die bringen ihnen Hilfe. Und die Kinder haben einen Teller voll Süßigkeiten. Ein Braten ist vorhanden. Fleisch haben sie bekommen. Brot haben sie geschenkt bekommen und andere viele Geschenke. Ist da nicht Freude? Wir würden uns genauso freuen an diesem Tag und dem Herrn dafür danken, dass wir, dass ich diese Geschenke mitbekommen haben. Und ja, mit diesen Gedanken möchte ich euch einfach, ja, ja, euch lassen und sagen, bitte helft. Und der Herr wird euch segnen. Ihr habt auch im vergangenen Jahr großartige Hilfe geleistet. Und auch dieses Jahr wird der Herr eure Herzen bewegen. Und der Herr wird uns segnen, dass wir von dem, was wir schon bekommen haben, abgeben dürfen. Deshalb ein Schalom und habt Freude daran. Der Herr segne euch. Amen. 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 Amen.